Sollte ist Nana jetzt auch da? Ich bin da. Nana? Na? Ja? Nana? Ich muss erst mal meine Mikrofonsensibilität hochstellen. Was für eine Sensibilität. Sie will sich für dich ein bisschen sensibler machen. Ja, Timo will ja Schluss machen. Er will sich ja trennen, weil du es dir selber machst. Da kommt eins zum anderen. Ja. So ist das. Ja, die Nana, die guckt zu, die kann ich nicht einladen. Ja, ich gehe ja schon raus. Warum guckst du überhaupt dazu? Warum guckst du nicht auf den Stream? Ich habe nicht darüber nachgedacht. Auf den Stream hast du nämlich nicht so lange Verzögerung. Nana? 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 Also, Nana muss ich hier auf Band drücken. Wir schreiben so viele Leute an. Wer sind die alle? Antworten mit oder einfach rausgehen. Wer ist denn das bitte? Wie heißt der? Antworten mit oder einfach rausgehen? Der soll einen langen Namen. Nana? 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 Ich bin da. Nana? 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 Weiter. So, letzter A-ram. Danach gibt es Normals. Läuft. Danach gibt es Leatherdu, Judas. Juden gibt es ja auch? Judas, nicht sicher. Alter, sitzt der da neben hier mit Handschellen? Ja. Der Nachbar. Das will keiner wissen. Der Dünne. Braunker, der ist schön. Setz dich auf ihn drauf, das ist Feierabend. Dann ist er gefesselt. Irgendwer Ritze? Alter. Nee, Andi, tanken kannst du alleine. Andi würfelt den einzigen Tank weg. Jetzt haben wir keinen Tank mehr, wollte ich auch mal sagen. Ja, ich wollte tauschen und er würfelt weg. Ja, er hätte auch danach wegwürfeln können, nach dem Tausch. Er kann doch nicht den Tank wegwürfeln. Alter, verloren wegen Scheuchi. Spiel doch Rise of Tank einfach. So. Nein. Hast du da jetzt einen guten Tank? Ja, soll ich ja. Ach so, er sollt vielleicht auch Tank umstellen. Wird sich anbieten, ne? Ah, passt schon. Yeah, wir haben einen Spammer. Wer spammt? Nein, wir sind zumindest ein paar. Ja, kann man morgen. Leute, ich kann die kriegen. Es wird gespammt im Stream. Ich hab voll den Ohrwurm jetzt, ne? Hallo? Hallo, Andi. Sprichst du auch mal wieder mit uns? Ich hab dir mal ein Mikrofon rausgemacht. Oh nein. Warum würfelst du den Dings weg? Was? Warum würfelst du den Kylie weg? Der scheiße aussieht. Mir auch egal. Oder Olaf ist das. Aber du hättest doch wenigstens mal fragen können, ob den wer anders haben will. Hab ich doch. Hast du? Du hast gar nichts gesagt. Ich hab keine Brotgröße abgelehnt. Ja, was soll ich mit Reis? Ja, dann hättest du den wegwürfeln können. Reis wegwürfeln können. Dann hätt ich aber keine Akali hier gekriegt. Ach so, du kriegst Akali nur, wenn du Keil hast und den wegwürfelst. Ach, hier gibt's so ne Würfelreihenfolge. Alter, das musst du mal durchlesen. Ja, steht die im Netz? Ja. www.andie-weiß-bescheid.de Wir haben gewonnen übrigens. Punkt DHL. Es wird im Kurs der Tod geliefert. In der Hand roten. Pünktlich um 22.02 Uhr. Ist es schon zu spät? Nein. Nicht mal 20 Uhr. Oh Gott sei Dank. Oh, jetzt nicht mal. Nein. Baby CRS. Ich hatte wirklich Angst, gerade ist schon zählisch. Ich hab drei Stunden meines Lebens aus Versehen verloren. Ja. In einem A-Raum. Ich muss hier in einem Wochenende Wichtermal. Das ist so ein Prümus. Drei Stunden wieder drauf, du Kartoffeln nicht drauf. Wer lebt denn da noch? Es sind die aber gut durch, die Kartoffeln. Der Kennen. Kennst du Kennen? Wir machen das allein, ne? Kennen wir nicht. Was? Nein. Er hat doch halt da noch wieder drauf gemacht. Den Timo, den müssen wir irgendwie mal Baldrian geben oder so. Der muss mal ruhiger werden. Oder mit ins Stream einladen oder so. Ja. Aber der spielt ja nur WoW. Los, hä. Ne, der spielt auch manchmal LoL. Manchmal LoL? Ja. Aber heute hat er Raid. Ne, heute ist Dienstag, ne? Ne, Montag. Heute ist Montag. Heute ist, heute ist der Dienstag unter dem Montag. Okay, das ist immer was. Vielleicht bitte einmal mit. Andi, ich hab den besten Arzt der Welt. Ja? Ja, der wollte mich ne Woche krank, hat mich jetzt ne Woche krank geschrieben, hat gesagt nach der Woche kann ich mit dem Bänderriss wieder arbeiten gehen. Läuft. Wir haben sie denn das denn gemacht? Ich sag ja, ich bin Paketzusteller, ich bin aus dem Auto ausgestiegen. Ja, aber wenn sie aus dem kleinen Auto aussteigen, da kann man doch nicht ausrutschen. Äh, ich fahre kein kleines Postauto. Ich bin kein Landzusteller, ich bin Staat. Alter. Ich hab diese großen Gelben, die man nicht übersehen kann. Und das trotzdem manche tun. Ja, Xetikol fragt gerade im Livestream, da spielt noch wer WoW. Ja, das frage ich mich auch. Was schreibt denn der Spammer? Das ist der Spammer. Also. Wir haben einen Zuschauer. Ja, äh, einen. Wir waren schon auf drei eben hoch. Vorhin waren wir schon auf drei. Was haben wir denn für Gegner? Vor allen Dingen. Richtig aus? Wer will wir sich das denn angucken, wie wir hier spielen, ey? Stefan, dein Gifel stand heute ganz alleine am Rand und war traurig, dass du nicht da warst. Wer? Mein Ingo? Dein Bibo. Oder Bibo. Ach ja, den kann ja keiner fahren. Bibo, Bibo, Bibo. Ja, Ingo auch. Ingo hat nochmal gute Besserung gesagt. Ingo freut sich bestimmt, wenn ich wieder da bin. Aber wenn ich wieder da bin, hat er mit mir zusammen Urlaub. Und Jonski hat mich angeguckt und hat mich angeguckt und hat mich angeguckt und gesagt, Kurva, scheißt du. Ist ja gut. Hörst du auf. Was hat er gesagt, Kurva, was? Kurva, diese Scheiß-Tour, sagt er. Ja. Kurva, diese Scheiß-Tour. Oh, jetzt hab ich mir noch keine Trainer gekauft. Ich musste deine Tour halt fahren, ne? Ach du Scheiße. Die arme Sauer. Wieso hat da keiner aus dem Urlaub zurückgerufen? Mit wem denn? Wer soll denn dein Auto fahren? Der Neki. Der Neki war da. Der Arzt, der war da. Recht mit Gas. Der Brems verliert. Höfner. Die haben ja schon wieder eine Sona. Ah. Ich hätte mir mehr für Mana wegkaufen sollen. Ja. So. Und rauf auf ihn. Wuhu. Ach ja, hast du gehört hier, die Macher von State of Decay sind in einen langjährigen Vertrag mit Microsoft eingegangen. Ach du Scheiße. Ja, da steckt Geld jetzt hinter. Läuft. Ja, ich könnte dir mal ein paar Gaming-Use machen. Ich spüre grad nicht mit. Game of Thrones den ersten Trailer gibt, das hast du bestimmt schon gesehen. Ja, natürlich hab ich den schon gesehen. War klar. Er ist ja wieder dabei, ne? Hier, der bei der Hochzeit gestorben ist, den sie umgebracht haben. Was? Von Morris. Den haben sie wohl... Ja. Den haben sie wohl doch nicht getötet. Ähm, natürlich haben wir. Na gut, andererseits... Ich spüre eine seltsame Wendung. Hallo, hier wird nicht gespoilert. Habt ihr die Bücher nicht gelesen? Nein, hab ich nicht. Ach so. Ich hab mich nur halt beim Trailer gewundert, dass er wieder da ist. Mikrofon ist an. Ja klar, er kommt wieder. Halt die Fresse da hinten hin. Hör auf zu spammen. Scheiße, du bist ein Trailer, man. Du bist keine Trailer. Natürlich gibt's einen Trailer. Seit heute, 15 Uhr. Der Trailer ist bestimmt keine Verarschung. Obwohl, vielleicht ist es nur so ein Rückspann. Nein. Oh, Mando, ich will die Bücher jetzt noch nicht lesen. Warum nicht? Weil ich sie hier habe, aber wenn... Wenn ich sie hier habe und gelesen habe, dann kann's sein, dass ich mal Spoiler. Könnte auch scoolen, ich mach's aber nicht. Bist'n Spoiler, Alter. Ich sag jetzt, ich schaff's jetzt einfach nicht. Die musste mir eben auch alles verkneifen. Blizzard führt Rückruf-Service ein. Ja, ist, ist doch schon. Ist doch schon. Wenn du jetzt anrufst, wenn du jetzt bei Blizzard anrufst, beim Support, ähm, wird sofort die Verbindung unterbrochen und dann wirst du zurückgerufen. Wenn es keine Warteschlangen mehr gibt. Die haben genug Geld mit der Warteschlangen verdient. Korrekt. Das ist aber auch nichts Spannendes momentan. Nee. Was frisst er denn? Spiele neu halten, gibt's auch nichts großartig. Gefresst immer noch dein Eis. Was bin ich denn? Das ist auch Mareike, glaub ich, diesmal. Ja, ich kann das aber nicht alles raus... Ping. Klar. So einfach mit Audacity nebenbei aufnehmen und einfach Mareike mal leise stellen. Hallo, Sona. Hallo, Sona. Hallo, Sona. Alter. Es ist doch nicht möglich. Oh, das bin ich. Wuhu. Liebe. Liebe, Sona. Wir müssen schnell weiter. Ehre jährige Partnerschaften gucken, was da steht. Alter, es gibt sogar schon Trashtalk im Stream. Glaub ich. Echt? Ja, die chatten. Sind da schon zwei Leute überhaupt drin? Hört ihr auf? Ja. Ich bin noch nicht mal Level 6 und die knallt schon die Ultis raus. Okay. Bist du. Wie, ne Turm hat Sona getötet? Was ist da los? Ulti kommt! Und BAM! Oh, was? Voll daneben. Du bist... Das ist fast. Ja, wenn man nur Ultis schon kommt, möchte ich auch ein Kill kriegen. Hast du. Das Beste wollte ich sowieso auf der Arbeit. Da bin ich mein letztes Paket am Weg bringen. Dann hab ich eine ID-Prüfung für was weiß ich wie die hieß. Klingeln die Eltern dann auf. Ja, so und so und so. Das ist ja meine Tochter. Das Paket kann dich ja annehmen. Nein, ich brauch den Ausweis. Dann zeig der mir seinen Ausweis. Nein, ich brauch den Ausweis ihrer Tochter. Das ist geil, ne? Da geht der ab wie zöpfchen. Ich hab noch nie einen Ausweis gebraucht. Jetzt soll ich den Ausweis meiner Tochter hier haben. Ich so, ey, alles mit der Ruhe. Ich brauch den Ausweis, weil sie sich etwas bestellt hat, was nicht für minderjähriges ist. Und dann muss ich ihre Daten mit meinem Scanner abgleichen. Ja, und schon da. Das ist ja nie passiert. Ich so, ja, wenn ihre Tochter klug gewesen wäre, dann hättest du die ID vorliegen gehabt. Das wollte er nicht hören. Dann hab ich gesagt, ja, dann kann ich leider nichts machen. Ich bin doch die Frau vorliegen. Ich bin doch berechtigt, das anzunehmen. Ja, genau, das hört man so oft. Ich sag, ja, sind sie. Aber nicht in dem Fall. Mach den kaputt. Aber nicht in diesem Fall. Das gibt's ja nicht, ne? Dass der noch lebt. Wir haben nicht die Berechtigung, wenn ich das hier vorliegen habe, das anzunehmen. Das einfach. Ja. Oh, der ist dann kaputt. Ja, aber äh. Da werden Sie sich mal beschweren bei Ihrem Vorgesetzten. Ich sag, beschweren Sie sich doch jetzt. Ja, und dann. Ja, das ist doch nicht so schlimm, wenn das so eine Altersprüfung gewesen wäre, dass Sie das Ding haben können, aber nicht ID-Prüfen. Ja, ich kann auch Ihnen sagen, wenn meine Tochter geboren ist. Ich sag, ich brauch die Ausweisung. Ich brauch die Ausweisung. Ich brauch die im Kopf. Ich brauche Sicht. Ich brauche Sicht. Geht rein da, meine Ulti kommt gleich. Meine Ulti kommt. Jetzt. Ich bin auf dem Weg. Ne, da steht keiner. Ja, da. Doch, so nah. Ja, toll. Oh mein Gott, mein Level-Up hat mir den Arsch gerettet. Ich hatte sieben Leben. Hab ich gerne gemacht. Bitte. Er will mich. Er will mich. Er will mich. Boah, Karl, dieser Mann ist auch mal so nervig, ey. Die ist so lastig. Ah, noch zwei Level und dann ist sie vorbei. Versuch. Wir wollen wir denn haben. Einmal jemand anpingen, bitte. Ja. Bin mir noch nicht so sicher. Auf jeden Fall nicht Udia, der ist nämlich der Tank. Gangplank. Den? Gangplank. Und Gangplank. Nee, Red oder so. Ja, toll. Ich mach die Ulti natürlich auf dem Gangplank, der kann sich ja freifressen. Ich bin so dumm manchmal. Ja. Wie macht der Zug? Nup, nup. Oh. Nup, nup, nup. Winst du dich das Memi? Und? 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 Die Dämonen sind ganz schön auseinander. Ja. Hm. Das hört gleich auf. Keine Frage. So, jetzt bittet ihr den Kennen. Anwiesenjahrneu. Brand ist laut. Ich bin gleich tot. Ja, du bist ja schon. Tötet die doch einfach mal jetzt da. Schießen weh. Schießen weh. Der Wolltsona? Ihr könnt sie haben. Äääääääää. Also geht doch. Und Gangplank, 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 Gangplank. Oh. Dachte, er stört am Aids. Und ein Tower. Tschüss, Una. Oh, schade. Vorsicht, Jus. Ja, aber barrier gewastet, ne? Vorsicht. Nice. Wie sie einfach das Aids übertragen, ich mag sie. So, Tower. Da rennt doch alle am besten durch die Ulti durch. Mach mal doch. Und Ulti kommt. Ja, nice. Oh, ich hätte vielleicht nicht ja noch aufgehen sollen. Doch, Pfeffer. Wo du bist. Kenn ich nicht, wurde übernommen. Also langsam macht meine Maus nicht mehr so richtig mit. Ich muss mal die Batterien auswechseln. In der Kabelmaus, ja. Mach ich's. Ist gut, dann geht's vielleicht auch wieder. Eine Ulti ins Nichts. Oh, knapp. Wir müssen so ein bisschen besser absprechen, bitte. Ja, lass uns dann Tower gehen. Warten, bis alle da sind. Alter, was die denn für'n Schaden? Was die denn für'n Schaden? Ach, du Schaden. Wie sowas lese, ne? Tech, neuer Kinofilm als Prequel. Offiziell angekündigt. Oh, Gott. Alter, der erste Film war schon so richtig schlecht. Der war schlimmer als Dead or Alive. Das mag schon was heißen. Der war super. Ne, Alter. Mitten im Film aus dem Kino gegangen. Oh ja, für den Kino würde ich da auch nicht fliegen. Ne, das ist direkt. Ja. Da wollte jemand den unbedingt gucken. Woher kommst du denn darauf? Weil es um Titten geht. Ja. Ich kann die Schlagworte noch. Ich kann die Schlagworte noch. Ups, der sollte eigentlich weiter nach hinten gehen. Mach doch nichts. Was kommt zum Tower? Retro-Hall of Fame. Und World's Apes Odyssey. Wer kennt's doch, ne? Apes Odyssey, Alter. Apes, Apes Odyssey. Das gibt es doch nicht. World's Apes, Alter. Die gibt's doch nicht mehr. Ich würde sich alle Grafik holen. Hallo, Sona hat mich angegriffen. Warum kriegt die kein Tower-Hit? Ich verstehe es gerade nicht. Werde geschossen hat. Gangplank hatte den Tower. Deswegen hatte sie keinen Tower. Ja, aber Gangplank hat keinen Schaden auf mich gemacht. Doch, Tower hat es gekriegt genug. Drei Stück? Sona? Nee. Die hätte sterben müssen. Nee, die hätte sich geheilt und das Heal eingesackt, was da lag. Nein. Doch. Da lag kein Heal. Die war auf der linken Seite vom Tower. Ja. Nein. Ach, da. Ich treffe doch schon wieder keinen. Ja, das ist so verzögert. Doch, ich hoffe. Einmal kann schaden. Ja, das ist da. Ja, aber nicht viel. So, was gibt es denn? Borschau für 2014 für die Konsole. Hable Legends, Hable 5, Funt and Break, Titanfall. Hier. Plans für Zombies Garden. Worte, das wird in die Gezacht. Ich kriege nur das Report. Aber geil. Tü-tü. Ich brauche ein anderes Tempo. Definitiv. Ich brauche ein anderes Tempo. Ja. Ja, mach ich. Was? aufs wand und dann... ...wand? ...weiten Band muss... ...was lesen bei dem Spiel? Leiden hat plant, Episoden staunen Content. Und wollen Sie den Leuten was sagen? SONAAAAAAA! Nice! Oh, muss Panther? Wollt ihr den Panther? Ja, der hat volles Leben! TAUER! TAUER! Das war richtig nice, wie du die Ultimate mitgezogen hast. Wer hat was gemacht? TAUER! 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 Mann, hier hinten sind Heals. Da ist auch eins. Na egal. Wir brauchen Heals. Wenn er sterben kann, ist er... Naja! Jaa, da kam SONAS Ulti. Und er... ...hat nen verkackten Heal gekriegt. Wir müssen uns einen morello kaufen. Irgendwer, der AP hat. und die kursen wurden um ihn können als das ding bin dann ja wohl ich Dann gab es Football auf Sat.1 vorgestern. Ja, nein, Stefan. Sauber. Äh, Pesti. Äh, hehehe. Der wurde doch übernommen. Ja. Wer wurde übernommen? Kenn ich nicht. Ach so. Ich bleibe in der Notar, muss ich drüber schreiben. Ich werde direkt gehated. Bist du sowieso. Was hat Problem? Ja, gut, aber mehr als sonst. Ja, das geht nicht. Ich meine, ein Objekt muss gehasst werden. Dann verstehen sie die anderen. Das ist gar kein Problem für mich. Was verliert ihr eigentlich schon wieder? So oder gar nicht. Das sieht aber auf dem Stream anders aus. Nicht zwanghaft. Ja, komm. Dann guck dir das lieber nicht an auf dem Stream. Ja, komm. Soll ich euren Worten vertrauen, sagst du? Also Gang-Clank auf jeden Fall als erstes. Das war ja eigentlich ein falsches Problem. Alter, die fokussen jetzt mich, ne? So kommt gut. Alter. Das war's. Ja, läuft auf jeden Fall für die. Das war's. Ja, läuft auf jeden Fall für die. Das war's. Ja, Andi. Wie kann man auch den Tank wegwürfeln? Hm. So, dreht das jetzt noch. Hau rein. Ich hab' ihr noch Schaden gemacht. Und ich hab' ihr die Ulti in den Rücken geschossen. Hm, hm. So, dreht das jetzt noch. Hau rein. Ich hab' ihr noch Schaden gemacht. Und ich hab' ihr die Ulti in den Rücken geschossen. Ich kann's aber alles nicht und ich hab' ihr noch nicht die Träte. Und ich hab' ihr noch nicht mehr.